Wartungsvolle Stille, gut, dann glaube ich, können wir anfangen. Ich brauche etwas Erkälte die Woche, aber ich hoffe, es geht. Dann einen schönen guten Abend. Ich möchte Sie oder Euch recht herzlich begrüßen im Namen des DAI und im Namen des Friedensbündnis Heidelberg, die die heutige Veranstaltung zusammen machen. Wir wollen mit dieser Veranstaltung ja an den Beginn des Irakkriegs vor 20 Jahren erinnern. Dieser Krieg war ja ohne Zweifel eine der größten Katastrophen der jüngeren Zeit. Doch er ist leider längst nicht bloß Geschichte. Seine katastrophalen Auswirkungen im Irak und in der gesamten Region wirken ja bis heute fort. Und da er vielen nicht mehr so präsent sein dürfte, werde ich einleitend versuchen, einen kurzen Überblick ergeben. Aber zunächst möchte ich natürlich unseren heutigen hauptsächlichen Referenten begrüßen, Dr. Hans von Sponnig. Er sitzt noch schüchtern in der Reihe. Mit ihm haben wir ja einen der befundesten Kenner, was diese ganze Geschichte, Vorgeschichte des Irakkriegs, der Irakkrieg selber angeht. Hans von Sponnig hat ja schon seit 68 für die Vereinten Nationen gearbeitet. Und 1998 hatte er als UN-Koordinator und beigeordneter UN-Generalsekretär die Verantwortung des humanitären Programms Öl für Lebensmittel im Irak übernommen gehabt, trat dann aber im Februar 2000 aus Protest gegen die Sanktionspolitik. Ja, nochmal dann jetzt ein Überblick, ein bisschen rekapitulieren, damit sich alle ein bisschen wieder mehr erinnern an diesen Krieg. Es war ja ein Krieg, der mit fadenscheu den scheinlichen Gründen vorbereitet wurde, vor allem halt mit der Behauptung, der Irak würde mit seinen Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung darstellen. Dem Argument, dass die Waffeninspektoren der UNO doch in jahrelangen Überprüfungen keine mehr gefunden haben, entgegnete dann der damalige Pentagon-Chef Donald Rumsfeld, plump, das Fehlen eines Beweises ihrer Existenz, Beweise nicht ihr fehlen. Mit der Logik kann man natürlich alles begründen. Überzeugen konnten die USA damit aber nur wenige, auch eine Reihe von NATO-Mitgliedern, kritisierte dann ja im Vorfeld die vorgebrachten Kriegsgründe als nicht überzeugend und verweigerten den USA die Gefolgschaft, darunter auch Deutschland. Und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder erntete ja für seine klare Opposition gegen den Krieg zu Hause und international auch viel Beifall. Weltweit entstand eine starke Bewegung mit immer größeren Demonstrationen gegen diesen erneuten Krieg, gegen ein Land, das sich vom Ersten Krieg noch nicht erholen konnte und dessen Bevölkerung unter einem mörderischen Embargo liht. Ich meine, dass dieses, das habe ich ja gerade gesagt, dass dieses nicht beendet werden konnte, obwohl schon 500.000 Kindern das Leben gekostet hat, war ja dann auch ein Grund für den Rücktritt von Hans von Sponig. Die Proteste kulminierten dann am 15. Februar. An diesem internationalen Aktionstag waren dann über 10 Millionen Menschen weltweit auf der Straße gegen den Krieg. Berlin erlebte mit mehr als 500.000 Teilnehmern die größte Friedensdemo der Bundesrepublik Deutschland und in London waren es sogar 1,5 Millionen, die zusammengekommen waren und in Rom fast 3 Millionen. Aber die Bush-Administration ließ sich nicht davon beeindrucken. Leider in der Nacht zum 20. März 2003 beöffneten sich dann über dem Irak ein zweites Mal nach 1991 die Schleusen. Der Hölle kann man sagen. Fast 30.000 Bomben und Raketen gingen auf Bagdad, Basra, Mosul und zahlreiche andere irakische Städte nieder und zerstörten neben irakischen Verteidigungsstellen auch einen guten Teil der zivilen Infrastruktur. Schock an Orr nannten die Erober ihr Angriffskonzept. Mit Schrecken und Entsetzen sollte halt zur schnellen Demoralisierung der Bevölkerung beigetragen werden. Bald nach der Invasion entlarvten sich die Vorwände für den Feldzug endgültig als pure Propaganda. Obwohl es sich dann damit eindeutig um einen unprovozierten Angriffskrieg gehandelt hat, wird er hier im Westen bis heute nicht als solcher behandeln. Und die deutsche Regierung ging nach abgeschlossener Invasion einfach zur Tagesordnung über und unterstützte ab da sogar die Besatzung des Landes. Offiziell sollte diese Besatzung ja zum Wiederaufbau, Stabilisierung und Demokratisierung beitragen. Das hatte jedoch mit den wahren Zielen der Bush-Regierung wenig zu tun. Wie der langjährige Chef der US-amerikanischen Zentralbank Alan Greenspan in einem seinen Memoiren freimütig zugab, sollte zum einen der Sturz des unbotmäßigen Regime von Saddam Hussein den direkten Zugriff aufs irakische Öl ermöglichen, der damals über die zweitgrößten nachgewiesenen Reserven der Welt verfügte. Im Visier hatten die Washingtoner Strategen aber die gesamte Region. Diese wäre, so der damalige Vizepräsident Dick Chini, mit zwei Dritteln der Ölreserven der Welt und den niedrigsten Kosten nach wie vor der Ort, wo der ultimative Preis liege. Ein weiteres Ziel war natürlich, den Irak nie wieder als starker eigenständiger Staat auferstehen zu lassen. Aus den Ruinen des Alten sollte vielmehr ein schwacher Staat entstehen, mit einem neoliberalen Wirtschaftsmodell, das westlichem, natürlich vorzugsweise US-amerikanischem Kapital, vollen Zugriff auf die heimische Wirtschaft und Ressourcen gewährt. Das wurde dann auch rabiat umgesetzt. Polizei und Armee wurden aufgelöst, Unternehmen und Dienstleistungen bis hin zu Wasserversorgung privatisiert, die bisherige Verwaltung des Landes durch Parteigänger der verbündeten schiitischen Parteien ersetzt, unabhängig von ihrer fachlichen Eignungen. Und das hieß dann, für viele der ohnehin gebeutelten Menschen im Irak, dass ihre Existenzgrundlage wegfiel. Das führte logischerweise zu einem rasch wachsenden Widerstand, sowohl zivil, getragen unter anderem von Gewerkschaften gegen die Privatisierung, als auch militärisch. Und ist klar, die bewaffneten Gruppen konnten dabei ja auf ein Heer von entlassenen Offizieren und Soldaten der Armee zurückgreifen. Um diesen Widerstand, der ihnen immer mehr zusetzte, zu brechen, beschloss die Bush-Administration dann ein umfangreiches, verdecktes Aufstandsbekämpfungsprogramm. Wie die BBC und der britische Guardian später in einer detaillierten Dokumentation enthüllten, bauten die USA ab 2004 hierarchische Spezialpolizeikommandos, Todesschwadrone und ein ganzes Netz von geheimen Kerkern auf. Die Enthüllungen der Folter-Exzesse von Abu Ghraib zeigten 2004 bereits dessen ersten Auswüchse. Ausgangspunkt damals der gründlichen Recherchen von BBC und Guardian waren die Irakkriegsprotokolle der US-Armee, die Chelsea Manning der Enthüllungsplattform Wikileaks zugespielt hatte. Ich sage das, um auch halt nochmal die Bedeutung von Wikileaks und ihrem Gründer Julian Assange hinzuweisen. Für die Aufdeckung solcher Kriminell-Sachen. Einbezogen in die paramilitärischen Kommandos wurden auch zahlreiche Angehörige der berüchtigten, im Iran aufgebauten schiedischen Milizen. Diese konnten so ihren eigenen Krieg gegen sunnitisch-arabische Gegner mit US-Hilfe jetzt führen und zusammen entfesselten sie so einen schmutzigen Krieg gegen die gesamte Bevölkerung in der überwiegend sunnitischen Zentren des Widerstands. Und ihr Wüten gab aber auf der anderen Seite auch halt noch anderen auch sunnitischen Extremistenauftrieb im Zusammenspiel mit dem Terror dann von Al-Qaida-nahen Gruppen. Eskalierte dadurch dieser schmutzige Krieg ab 2006 zu einer unvorstellbaren Welle religiös aufgeladener Gewalt, die erst 2008 wieder abebte. Ende 2011 mussten US-amerikanischen Truppen dann den Irak verlassen. Sie hinterließen ein Failstate, einen gescheiterten Staat, die von den Besatzern geschaffenen Konflikte wirken bis heute fort. Die Bilanz dieser acht Jahre Krieg und Besatzung war verheerend. Mehr als eine Million Tode wahrscheinlich, über vier Millionen Vertriebene, fast fünf Millionen Weißen, sieben Millionen Irakerinnen und Iraker, ein Viertel der Bevölkerung wurden in die absolute Armut gestürzt, zwei Millionen Kinder waren 2011 unterernährt, dreieinhalb Millionen Menschen ohne nennenswerte Gesundheitsversorgung. Und auch nach acht Jahren war von Wiederaufbau nicht viel zu sehen. Es flossen über 200 Milliarden Dollar in die Taschen von westlichen Konzernen, doch die Versorgungslage blieb katastrophal. Und daran änderte sich dann leider auch in den folgenden Jahren wenig, das Versagen der korrupten und unfähigen Regierungen und Behörden, Basisdienstleistungen wiederherzustellen, insbesondere eine halbwegs ausreichende Versorgung mit Strom und Wasser führte immer wieder zu Massenprotesten, die teilweise in lokale Aufstände übergingen, die elenden sozialen Verhältnisse, die Zerrissenheit der irakischen Gesellschaft, deren Jugend, das muss man sich halt dann auch mal überlegen, nichts als Krieg und Gewalt kannte, ebnete 2014 dann den Weg für die Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staates über einen beträchtlichen Teil des Landes. Aber statt sich um die gesellschaftlichen Ursachen dieses Erfolgs der Dschihadisten zu kümmern, begannen die USA und ihre Verbündeten erneut einen brutalen Krieg gegen die sunnitischen Städte Iraks, als die, die vom Islamischen Staat kontrolliert, wurden damals und dieser gipfelte in einem verheerenden Angriff auf die Großstadt Mosul, der Zehntausende Opfer forderte und die historische Altstadt weitgehend zerstörte. Eine Studie der internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, IBBNW, schätzte die gesamte Zahl der direkten und indirekten Opfer von Krieg und Besatzung im Irak von 2003 bis 2011 auf über eine Million. Den Untersuchungen des Costs-of-War-Projektes an der Boston University zufolge hat sich die Zahl der direkt durch Kriegshandlung getöteten bis 2021 noch einmal fast verdoppelt. Aber um die gesamten humanitären Kosten des Krieges und seiner Folgen zu fassen, müssten ja zudem noch die Auswirkungen auf die gesamte Region berücksichtigt werden, insbesondere auf Syrien. Schließlich wurde ja im Irak die Basis für die Ausbreitung des Islamischen Staates auch ins Nachbarland geschaffen und nicht vergessen werden darf, das Schicksal der Millionen Menschen, die vor Krieg, Zerstörung, sektiererischer Gewalt, Repression und den drastisch verschlechterten Lebensverhältnissen fliehen mussten. Und niemand wurde bisher für das Verbrechen des Krieges 2003 noch die folgenden Verbrechen im Krieg und seine Folgen zur Verantwortung gezogen. Gut, soweit jetzt. Das war mein Überblick und dann möchte ich jetzt gerne Hans von Sponnig das Wort geben, der das zum Teil noch ein wenig genauer erläutern kann. Danke. 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 Also, es Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, dass das Zwielicht sehr gut zu dem Thema passt. Es ist ein sehr zwielichtes Thema, mit dem ich mich in den nächsten 30 oder 40 Minuten mehr nicht beschäftigen möchte und muss. Zunächst aber ein Danken an Herrn Köhlhofer. Ich bin gerne wiedergekommen hierher nach Heidelberg zu Ihnen und danke natürlich auch Ihnen für Ihr Interesse. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Baden und bin einfach überwältigt über das Angebot, was man in Heidelberg sehen kann. Jeden Tag wird hier diskutiert, werden hier Vorträge gehalten. Das ist beeindruckend. Ich möchte auch natürlich meinem Freund Joachim Geya, den ich seit vielen Jahren kenne, danken für die freundliche Vorbereitung, die mein Besuch hier erfahren hat. Und in dem Zusammenhang möchte ich sagen, Herr Geya erinnert mich, dass es Ärzte ohne Grenzen gibt, Lehrer ohne Grenzen gibt, Journalisten ohne Grenzen gibt. Was er mir hier aufgetragen hat, würde bedeuten, wenn ich dem so folge, dass wir miteinander die Nacht verbringen und vielleicht morgen früh miteinander frühstücken. Aber dazu werde ich es nicht kommen lassen. Mein Enthusiasmus wird nicht mit mir davonlaufen. Herr Geya hat über Bilanz gesprochen. Ich möchte auch über Bilanz sprechen. Ich möchte sagen, dass eine Irak-Bilanz von 1990 bis 2003 könnte die Überschrift haben von Völkerbruch zu Völkerbruch. Am Anfang, die Irak-Invasion nach Kuwait war natürlich völkerrechtswidrig. Und die USA-Irak-Invasion war genauso völkerrechtswidrig. Also von einer zu anderen Situation und mit der Überschrift Völkerrechtsbruch. Und was man wissen muss, ich wusste es lange nicht, der Irak gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen 1945. Also die USA und die Irak als Gründungsmitglieder, beide Präsidenten, sowohl Saddam Hussein als auch George Bush, wussten sehr wohl, absolut sehr wohl, was völkerrechtlich und moralisch anstand. Was sie taten, war anders. Brutal menschlich recht, verächtend anders. Joachim Giyad schon auf Abu Ghraib, diesem schlimmen Gefängnis, an dem man, wenn man von Bagdad nach Amman fuhr, Flugzeuge gab es keine, ich musste immer mit dem Auto hin und her fahren, 900 Kilometer. Wenn man kurz nach Bagdad die Stadt verlassen hatte, da war Abu Ghraib. Und wenn man da vorbei fuhr, dann hatte man ein bisschen Gänsehaut. Denn es war bekannt in meiner Zeit, dass in dem Gefängnis gefoltert wurde. Da waren irakische Schlechter am Berg. Und es war gar keine Frage, dass viele Iraker durch Iraker ums Leben kamen. Und dann, dann kamen andere. Dann kam amerikanisches Gefängnispersonal in großer Zahl, für die irakisches Leben, so schien es jedenfalls, wertlos erschienen. Und Sadismus der übelsten Art kannte keine Grenzen. Wie es der irakischen Bevölkerung in den 13 Jahren der Sanktionen erging, ist als menschliche Katastrophe weitgehend bekannt. Und ich werde Ihnen auch nicht zu viele Einzelheiten hier schildern. Aber eins ist klar, da hat es eine ganz bewusste politische Amnesie gegeben, die besagt, wir müssen diese Tatsachen einfach vehement verdrängen. Aber als jemand, der vor Ort dabei gewesen ist, möchte ich trotzdem kurz nur ein paar Eckpunkte dieser Zeit erwähnen. Wir müssen daran denken, dass die Irak-Sanktionen 1990 als multilaterale UNO-Sanktionen, nicht bilaterale und multilaterale Sanktionen beschlossen wurden. Und damit hatte die UNO die absolute Pflicht, internationales Recht einzuhalten, um die irakische Bevölkerung zu schützen. Gar keine Frage. Weil aber die geopolitischen Interessen der USA und auch Großbritanniens für diese beiden UNO-Mitgliedstaaten sehr viel wichtiger waren als Völkerrecht, galt ihr Interesse nicht, leider nicht, dem Schutz der Bürger. Vielleicht wissen Sie es, vielleicht wissen Sie es nicht, aber schockierend ist es in jedem Fall. Das humanitäre Programm der UNO belief sich bis 2003, dem Jahr der Invasion, auf ein erschütterndes 51 Cent pro Kopf, pro Tag Programm. Also 51 Cent des humanitären Programms kam der Bevölkerung in dieser Zeit zugute. Ich sage meinen Studenten in Marburg in Seminaren immer wieder, oder frage sie, was kostet eine Tasse Kaffee? Eine Tasse Kaffee kostet sehr viel mehr als das, was den irakischen Bürgern zugute kam. Und vielleicht wissen Sie das nicht, aber ich muss hinzufügen, dass das UNO-Programm alles andere als humanitär, selbst mit diesem geringen Betrag, gewesen ist. Denn, das wurde in der Presse nicht erwähnt, 100% des UNO-humanitären Programms wurde mit irakischem Ölgeld finanziert. Da war nicht ein Pfennig, ich weiß, was ich sage, nicht ein Pfennig aus anderen Quellen. Und um das auszubauen, alles, alle Verwaltungskosten der Vereinten Nationen inklusive meines Gehaltes, Alle administrativen Ausgaben wurden mit diesem irakischen Ölgeld bezahlt. Das war das größte humanitäre Programm in Anführungsstrichen der Vereinten Nationen, das gleichzeitig das Billigste war, weil es die Vereinten Nationen überhaupt nichts gekostet hat. Also, humanitär, mein Titel, humanitärer Koordinator, das haut nicht hin. Ich war Koordinator, aber nicht eines humanitären Programms. Aber die Irakhilfe der UNO war nicht nur vollkommen ungenügend, sie war auch ungerecht. Denn 13% der Bevölkerung des Iraks, die im kurdischen Norden lebten, bekamen 19% des sogenannten humanitären Geldes. Das ist nicht eine Wertung, sondern es ist ein Faktor. Weder der UNO-Sicherheitsrat noch der UNO-Generalsekretär konnten verhindern, dass die, das Wort ist, westzentrische Machtpolitik der USA und Großbritannien sich im Sicherheitsrat zum Schaden der Menschen im Irak durchsetzte. Übrigens ähnliches, Brandbemerkung hier, traf auch zu auf die Entscheidung des internationalen Strafgerichtshofs. Der internationale Strafgerichtshof ist kein UNO-Gerichtshof. Es gibt einen UNO-Internationalen Gerichtshof und es gibt den Strafgerichtshof. Der Strafgerichtshof, der in diesen Tagen so viel in der Presse fungiert in Bezug auf Russland und Putin, ist eine Nicht-UNO-Einrichtung. Und diese Nicht-UNO-Einrichtung kam zum Schluss, dass das Gericht in Den Haag nicht, bitte, nicht zuständig war für eine Anklage gegen die Regierungen der USA und Großbritanniens wegen Völkerrechtsbruch. Durch ihre 2003 Invasion, aber nicht nur die Invasion, sondern auch das Okkupationsverhalten der Besatzungsmächte. Ein entsprechendes Schreiben des Strafgerichtshofs an den Vorsitzenden des sogenannten Kuala Lumpur-Kriegsverbrecher-Tribunals, Dr. Tun Mohatja, dem Präsidenten Malaysias, war adressiert, bitte hören Sie das, war adressiert, der Gerichtshof schrieb an den Präsidenten eines unabhängigen UNO-Landes, nicht sehr geehrter Herr Präsident, sondern sehr geehrter Herr, über Umstrich sehr geehrte Frau. Also, man hat noch nicht mal den Respekt gehabt für einen Leiter eines Landes, den Chef eines Landes, ihn korrekt zu adressieren. Und ihm wurde mitgeteilt, dieser Antrag für eine Gerichtsverfolgung, dafür war das Strafgericht nicht zuständig. Ich war Mitglied dieser Kommission, ich war oft in Malaysien, und es war ein großartiger und ernsthafter und grundsätzlicher Aufbau eines Verfahrens. Und ich weiß, dass unter normalen Umständen, wo nicht das Wort geozentrisch, westgeozentrisch spielt, immer wieder eine Rolle. Diese westzentrische Realität hat eben verhindert, dass ein Strafgerichtshof das tat, was er als Mandat hätte tun müssen. Jetzt stellen Sie hier zwei Fragen für mich. Hatte die UNO Optionen, Alternativen für die Durchführung der Sanktionen? Erste Frage. Und zweitens, hatten die USA nach dem völkerrechtswidrigen, völkerrechtswidrigen Krieg als verwaltende Besatzungsmacht Alternativen, Optionen? Meine Antwort, keine schwere Beantwortung, beide hatten Optionen. Die Vereinten Nationen unter Führung von drei Generalsekretären, Perez de Cuellar aus Peru, Butrus Butrus Ghali aus Ägypten und dann der großartige Chef, den ich hatte, dankbar für diese Zeit mit Kofi Annan. Diese drei haben trotz aller Hindernisse sich eindringlich für die Menschen im Irak eingesetzt und versucht, auch ein gutes Wort, Brückenbauer zwischen Bagdad, Washington und London zu sein. Die Tragik ist, meine Damen und Herren, dass diese Brücke nie gebaut wurde. Wenige Wochen vor Ausbruch des Krieges, heute, heute vor 20 Jahren, appellierte der Chef der UNO-Abrüstungsbehörde, auch ein Hans, es gab zwei Hansen im Irak, das eine war ein deutscher Hans, das andere war ein schwedischer Hans. Hans, Hans blickt, appellierte an den Sicherheitsrat, er hat fast gebettelt, ihm noch ein wenig mehr Zeit zu geben, um seinen Abschlussbericht über irakische Waffen, Massenvernichtungswaffen vorzulegen. Der Sicherheitsrat unter der Führung Frankreichs. Frankreich war absolut auf derselben Ebene wie die Beamten in Vereinten Nationen. Sie erinnern sich vielleicht an die großartige Rede von de Villepin, dem Außenminister Frankreich, im Sicherheitsrat, wo etwas geschah, was in meinen ganzen Jahren in der UNO nie geschehen war vorher. Und das ist, man klatscht nach seiner Rede, weil sie vernünftig war, weil sie ernsthaft war, weil sie Völkerrecht absolut unterstützte. Und das wird man also nicht leicht vergessen können. Aber der Sicherheitsrat, wie gesagt, unter der Führung Frankreichs, war bereit, diese Zeit, etwas mehr Zeit zu gewähren. Blix wusste, dass der Irak keine einsetzbaren Vernichtungswaffen mehr besaß. Die amerikanischen und britischen Geheimdienste wussten dies ebenfalls. Von denen wimmelte es im Irak in meiner Zeit. Nicht in dem arabischen Teil, aber in dem nördlichen Teil, im kurdischen Teil. Wenn ich im nordischen Teil war, unweigerlich wurde ich von britischen und anderen angegangen fast. Sie wollten mir helfen. Ich sage, mir helfen, wir brauchen keine Hilfe von ihnen. Doch, wir wissen mehr, als sie meinen. Ich dachte, gut, dann bleibt am besten zu Hause. Wir wollten keine Beziehung haben, aber sie waren dort. Und dann stand in den Resolutionen der Generalversammlung des Sicherheitsrats immer wieder die Worte territoriale Integrität und Souveränität. Wurde ignoriert. Diese Genossen, schlechtes Wort übrigens, diese Menschen sind aus Ankara und damals auch noch aus Damaskus, frei in den Norden vom Irak eingereist, ohne Erlaubnis, ohne Visum, haben dort ihre Spielchen gespielt, haben die Kurden ermutigt, an eine Zukunft zu glauben, die unrealistisch war. Und da war eben ein, es war eine absolut unkontrolliertbare Situation. Aber ich will noch sagen, die Forderungen von Frankreich und anderen, mehr Zeit zu gewähren, das passte absolut nicht in die geopolitischen Pläne der Vereinigten Staaten und Großbritannien für den Mittleren Osten. Das Ziel war eindeutig, eindeutig für Insiders sichtbar, für die Öffentlichkeit weniger, für eine Weile Regimewandel, Regimewechsel in Bagdad. Darum ging es und nicht um irgendwelche Konfliktlösungen. Sie erinnern sich vielleicht, das ist auch symptomatisch, wie einheitlich die politische Haltung der Vereinigten Staaten gewesen ist in dieser Zeit, dass ein demokratisch Partei gesehen, ein Demokrat, Präsident Obama, und ein republikanischer Kongress zusammengekommen sind und den sogenannten Irak Liberation Act, den Irak Befreiungsakt, im Oktober 1998 unterschrieben haben. Und wenn Sie den anschauen, wenn Sie den lesen, dann werden Sie mindestens, ich glaube, ich habe, ich sage es richtig, dreimal werden Sie in diesem Akt des Kongresses lesen, dass es den Amerikanern um Regimewandel geht. Man wollte den Mann, der ihre Führungsrolle im Mittleren Osten in Frage stellte, den wollte man eben nicht mehr aktieren. Wie bitte? Kill him. Ja, kill him. Töten, ich verstehe Sie vollkommen. Ja, also, dann kommt ein Wort, was eigentlich mich immer wieder stört und verärgert, das ist das Wort Kollateralschaden. Denn Völkerrechtsverletzung und Unmenschlichkeit wurden einfach abgetan als unvermeidliche Kollateralschäden. Was sich hinter diesem kaltblütigen Wort verbarg, habe ich bereits kurz erwähnt. Aber lassen Sie mich konkreter auf die Frage der Optionen eingehen. Es gab eine Fülle, eine Fülle von solchen, sowohl für völkerrechtliches Vorgehen als auch für menschenschützendes Verhalten in den Jahren der UNO-Sanktionen und der US-amerikanischen Besatzung. Der Sicherheitsrat hätte von Anfang an eine klare Trennung zwischen Abrüstung und Sanktionen einerseits und dem Schutz der Bevölkerung andererseits einführen können, indem er dies nicht tat. Bestrafte er das irakische Volk für etwas, was sie gar nicht getan hatten. Und für das nur wer, nur die Regierung von Saddam Hussein verantwortlich war. Es war ein klarer, erneuter Bruch der Menschenrechte, des Völkerrechts. Die UNO hatte die rechtliche und moralische Pflicht, rechtliche und moralische Pflicht, alle Menschen im Irak gleich zu behandeln. Es waren Menschen, ob die nun nördlich der grünen Linie wohnten oder südlich im schiedischen Teil oder im schiedischen Zentrum, es waren alles Personen mit zwei Augen, mit zwei Ohren. Es waren Menschen, normale Menschen. Aber sie wurden nicht gleich behandelt. Menschen im arabischen Zentrum und Süden des Landes und im kurdischen Norden wurden von der UNO humanitär, das Wort, Sie wissen, haben das gemerkt, benutze ich nicht sehr gerne, aber sie wurden unterschiedlich behandelt. Ihre ethnische Zugehörigkeit, hier Kurde, hier Schiete, hier Sunnite, wer mehr oder weniger Unterstützung bekam, wurde auf der Basis entschieden. Ja, und dann gab es noch etwas, was auch völkerrechtswidert war und was mich als UNO-Mensch so fasziniert hat, dass diese offensichtlichen völkerrechtlichen Missstände von den Mitgliedern des Sicherheitsrates fast schweiglos akzeptiert wurden. Und hier ist ein Beispiel, es ist lange her, aber wenn ich jetzt das Ihnen erwähne und das möchte ich, dann habe ich immer irgendwo in meinem Körper noch fast ein Zittern, weil es so unglaublich ist, was da zum Teil, und es ist ja nur ein Beispiel, wir sind hier nur ein Abend zusammen. Ich könnte Ihnen viele Stunden, viele Beispiele geben über das, was da geschah in der Misshandlung der Menschen, egal wo sie im Irak wohnen. Aber ich möchte jetzt Ihnen etwas sagen. Zunächst die Luftangriffe. Ich war keine sechs Wochen in Bagdad, als Operation Desert Fox stattfand. Es waren vier Nächte vom 16. bis zum 21. Dezember 1998, wo Hartz bombardiert wurde. Und danach gab es fast tägliche illegale Überflüge durch die Luftwaffen der USA und Großbritanniens, durch die viele Zivilisten, mir ging es um Zivilisten, mir ging es weniger um Militär. Da hatte ich auch keinen Zugang zur Information, aber Zivilisten und die Zerstörung von nicht-militärischen Einrichtungen absolut fraglos weitere schwere Verletzungen der Genfer Konventionen darstellte. Und sowohl der Sicherheitsrat als auch die Generalversammlung hätten sich entschieden, entschieden, haben sie nicht getan, hätten sich entschieden für eine Beendigung dieser Angriffe einsetzen können. Jetzt will ich Ihnen ein Beispiel, das ich schon andeutete, sagen. Ich hatte eine Dienstreise zu tun von Bagdad in den Norden, in die kurdischen Gebiete. Als ich dort oben ankam, erreichte mich ein Anruf aus Bagdad, dass in der Nähe von Mosul, nördlich von Mosul, ein schwerer Luftangriff stattgefunden hatte, an dem sechs Schäfer und 101 Schafe getötet worden waren. Ich habe mich entschieden, meine Reise zu unterbrechen, um an den Ort zu fahren und bin dort angekommen. Und ich kann Ihnen sagen, bei 40 Grad Temperatur, 101 Schafe, die menschlichen Körper waren entfernt, aber die Schafe waren noch da. Sie glauben nicht, wie es da gerochen hat, wie das aussah, wie das überall, diese zerfetzten Schafe. Schon eine schlimme Geschichte. Aber ich erzähle sie auch deswegen, weil an demselben Tag, das war der 30. April 1999, in Stuttgart, wo UCOM, die amerikanische Einheit, die für die Überwachung des Mittleren Ostens zuständig war und ich glaube immer noch ist, bin ich sicher, kam mit einer Presseerklärung heraus, dass an diesem Tag, in dieser Gegend, wo ich mich befand, erfolgreich eine große irakische Luftabwehreinheit zerstört worden war. Und da habe ich mich gefragt, seit wann, seit wann sind sechs Schafe, sechs Schäfer und 101 scharfe Abwehreinstellungen militärischer Art. Da gab es nichts. Es war eine offene Landschaft, da gab es keine Gebäude, da gab es keine Entwicklung. Es war eine Steppenlandschaft, wo die Schafe ihre magere Mahlzeit einnehmen konnten. Das war es. Und mit solcher Situation hatte man zu kämpfen. Herr Gia hat mir, hat Ihnen gesagt, ich bin zurückgetreten. Das war vielleicht der Anfang der Überlegung, zurückzutreten. Wenn man mit solchen Konflikten befasst ist, dann merkt man, wie ungeheuer hilflos man als einzelner, naiver, blauäugiger, Dummkopf, wie man uns manchmal betitelt hat, die ja gar nichts von dem großen Bild verstanden. Nur, welches große Bild? Darum, diese Antwort haben wir nicht bekommen. Ja, die Hagener Landkriegsordnung definiert ganz dezidiert, wie das amerikanische Militär im Krieg gegen den Irak und als Besatzungsarmee später sich völkerrechtlich zu verteidigen hatte. Auch nicht so bekannt bei uns vielleicht, aber der Einsatz von Munition mit abgeweicherten Uran ist im südlichen Irak enorm oft geschehen und hat Unglaubliche, Sie werden es gar nicht glauben, ich kann es Ihnen auch, will es Ihnen auch gar nicht im Detail schildern. Es gab in Basra ein sogenanntes Mutter- und Kind-Krankenhaus und ich habe mir dort angeschaut, was für genetische Schäden durch die Benutzung dieses angereicherten Urans entstanden ist. Kinder mit drei Armen, Kinder mit einem Ohr, Kinder mit mehr als zwei Augen, das gab es. Das habe ich nicht gelesen, sondern das habe ich gesehen. Und das ist doch alles etwas, was aufgearbeitet werden muss. Das kann man nicht vergessen. Wenn man sich bezeichnet als verantwortungsvolle Demokratie, geht es gar nicht, geht gar nicht. Also, Herr Biarr hat schon darauf hingewiesen, die Zerstörung von lebenswichtiger ziviler Infrastruktur für Wasser, Elektrizität, medizinische Versorgung, gab es nicht alles. Diese Zerstörung war auch völkerrechtswidrig. Und noch etwas. Die bereits erwähnten Folterungen irakischer Befangenen, nicht nur im Irak, sondern einige von diesen Irakern sind auch nach Guantanamo in Kuba inkarzeriert gewesen, zeigen, dass die USA kontinuierlich, das klingt immer, ich sage es nicht immer, ich müsste eigentlich immer sagen, und wenn ich es nicht tue, dann verzeihen Sie es mir, dass die USA kontinuierlich und bewusst Grundrechte in ganz großem Ziel und Maße gebrochen haben. Ich habe gestern im Zug hierher, im Zusammenhang mit dem 20. Jahrestag der Invasion der Illegalen in den Irak, habe ich ein Zitat gefunden, was ich Ihnen vorlesen möchte, was wieder zeigt, dass auch im amerikanischen Militär eben Menschen waren, die Menschen waren. Hier wurde gesagt, dort im Irak waren wir Götter. Wir konnten tun, was wir wollten. Over there in Iraq, we were gods, we could do what we wanted. Eine Aussage eines amerikanischen Soldaten. Die Vereinten Nationen hatten die Pflicht, immer wieder, immer wieder unaufhörlich auf diese Verletzungen hinzuweisen und Strafmaßnahmen zu identifizieren. Dazu war die, nochmal das Wort, westzentrische UNO einfach nicht in der Lage. Sie war überholt. Und die Vereinten Nationen, eigentlich von Anfang an, von Yalta 1945, die Gespräche mit Stalin, Roosevelt und Churchill, schienen anzudeuten, dass die drei Großmächte es anders wollten, dass sie wirklich Frieden wollten. Aber was sich danach entwickelte, war absolut eine Dominanz. Eine Dominanz von zwei Ländern, von einem Land eigentlich, über die Politik der UNO, die Durchführungsweise, sogar, sogar die Einstellungsweise. Wenn Sie das mal sich anschauen, wer wann ernannt wurde auf höherer Ebene, dann sind in gewissem Weise Kofi Annan und dich zwei Ausnahmen. Kofi Annan ist im System aufgestiegen. Ich bin das auch. Aber die großen Posten, die wichtigen Posten in der UNO, wurden ganz deutlich beeinflusst. Die Ernennung wurde beeinflusst durch den Westen. Ja, jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen, was man gut als Beispiel, ein mutiges Beispiel der deutschen Friedensbewegung nennen kann, nämlich die Tatsache, dass es bis dieser Bericht herauskam, gab es keinen Versuch der Besatzungsmächte, besonders der USA, irgendetwas über zivile Opfer zu sagen. Interessierte niemand. Zivile Opfer waren nicht ihr Business. Ihr Business war zu schreiben, zu identifizieren für die Geschichte, die einseitige Geschichte, die Opfer, die das Militär hatte, aber nicht die Bürger. Und Herr Guillard zusammen mit IPPNW, der Organisation internationale Ärzte, Ärztinnen für die Verhütung des Atomkrieges, kam eben dieser Bericht heraus. Dazu gehörte Mut. Und dieser Bericht, der darf auch nicht in Vergessenheit geraten. Das ist ein Kompliment für dich und deine Arbeit. Erwähnt werden muss auch, dass in den acht Jahren der Besatzung des Iraks die amerikanische Verwaltung aus geschichtlicher Unwissenheit, man kannte die Geschichte des Irakes nicht und Eigeninteressen schwerste Fehler gemacht hat. Herr Guillard, darauf hingewiesen, ich möchte hinzufügen, zu diesen Fehlern gehörte die Einführung eines demografisch und ethnisch bestimmten Schlüssel für die Einstellung von Mitarbeitern in der irakischen Verwaltung. Das gab es bis dahin nicht. Trotz der Tatsache, dass Saddam Hussein ein Sunnite war und dass er den Schieten als religiöse Minderheit nicht unterstützte. Sie hatten keine Glaubensfreiheit. Aber wenn Sie sich die Ministerien anschauen, da gab es Kurden, da gab es Sunniten natürlich, es gab Schieten, es gab Christen. Der Stellvertreter Tarek Aziz von Saddam Hussein war ein Christ. Da war ein Gemisch da. Und plötzlich wollte man eben dieses Gemisch ordnen. Die Besatzungsarmee hat sich entschlossen. 60 Prozent Schieten, 20 Prozent Sunniten, 20 Prozent Kurden und andere Minoritäten, danach wurde eingestellt. Das war einfach ein großer Fehler, der da gemacht wurde. Aber ich meine, viel schlimmer war, dass das irakische Militär aufgelöst wurde. Das war vielleicht der schwerste Fehler, der gemacht worden ist, weil damit eben durch einen Untergrund für Widerstand sowohl der Barth-Partei von Saddam Hussein als auch des islamischen Terrorismus geschaffen wurde. Und mit dieser Situation hat der Irak heute sich weiterhin auseinanderzusetzen. Und schlimmer noch war, dass eben in den Jahren 2003 bis 2011, also das waren die Jahre der Besatzung, sind die Vereinten Nationen zu einem, wenn sie so wollen, Verwaltungsgehilfen einer illegalen Besatzungsmacht geworden. Das war ein furchtbares Verfehlen der UNO und nicht im Sinne von Kofi Annan. Kofi Annan wollte sowas nicht, aber er war hilflos. Ja, jetzt vielleicht noch, ich muss noch was sagen, nach all den Verfehlungen, wie ist das Leben heute im Irak? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, was ich lese und was ich von meinen ehemaligen Kollegen, die im Irak leben, mein Fahrer zum Beispiel ist ein guter Freund von mir geworden, wir tauschen uns regelmäßig aus, weiß ich, wie es in dem Land aussieht. Nach 13 Jahren Sanktion, einem Krieg, 2003, 8 Jahren Besatzung und seit 2011 der Versuch, die politische Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Ich sage Versuch. Lapidar gesagt, ein Satz, Alles ist heute anders im Irak, als es einmal war. Lapidar. Ich war mir nicht ganz sicher, wie das Wort definiert wird. Ich habe mir dann im Lexikon das angeschaut und da steht Folgendes. Lapidar ist eine Beschreibung dieses Wortes aus dem Lexikon besagt. Lapidar ist, wenn Zuhörer den Redestil eines Vortrags begrüßen, denn so können Sie eher nach Hause gehen. Jetzt will ich Sie bitten, gehen Sie bitte noch nicht nach Hause, denn da fehlt natürlich nur was, was ich Ihnen schulde und das zum Thema Irak von heute, von heute. Zunächst, das macht man sich oft nicht klar, zunächst sind im Irak nicht mehr wie in meiner Zeit 23 Millionen Menschen, heute sind es 43, 23, 2003, 43, 2022 geschätzt. Im Irak hat man eigentlich seit 1979, als Saddam Hussein an die Macht kam, hat man versucht, den Zensus zu verhindern, weil damit eben gewisse ethnische Realitäten bekannt geworden wären, die sich politisch negativ für Saddam Hussein hätten auswirken können. Aber das ist das eine. Ich würde auch sagen, wenn man mich heute fragen würde, was hat der Irak heute für eine politische Struktur, dann würde ich sagen, es hat ein hybrides System von, vorsichtig gesagt, demokratischen Demokratieansätzen und gleichzeitig natürlich und nicht überraschend, einen autokratischen Regierungsstil der schiitischen Mehrheit von 60 Prozent. Das ist ein Aufhol, das ist ein Aufholbedarf, denn über die ganzen Jahre der vielen Zeit, die Saddam Hussein die Führung des Landes hatte, war es eben eigentlich eine sunnitisch ausgerichtete Regierung mit schiitischer Teilnahme. Aber jetzt hat sich eben das Zepter umgekehrt und die Schäden sind da, wo sie als Mehrheit hingehören. Der Irak produzierte in meiner Zeit etwa zweieinhalb Millionen Fass Öl. Ein Fass sind 159 Liter. Also zweieinhalb Millionen Fass wurden produziert. Heute sind es etwa geschätzt vier Millionen Fass, also sehr viel mehr. Das ist pro Tag, Entschuldigung, ja, es ist pro Tag. Wichtig, danke vielmals. Aber obwohl es mehr produziert, obwohl die Ölpreise im Vergleich zu meiner Zeit, wo der Ölpreis manchmal sogar nur 10 Dollar pro Liter, pro Barrel existierte, ist der Irak immer noch total abhängig von humanitärer ausländischer Hilfe, die sie hauptsächlich bekommt durch Programme, nicht finanziert direkt von der UNO, aber mit der UNO und anderen Beiträgen eben überleben soll. Was geblieben ist, sind Armut, sind erhebliche Menschenrechtsverletzungen und das Wort, das habe ich nicht gehört, aber das ist sehr wichtig zu erwähnen, der Korruption. Der neueste Bericht, ich habe ihn mir angeschaut, von Transparency International, bedeutet, dass der Irak im letzten Jahr an 157. Stelle von 180 Ländern gehört. Übrigens, vielleicht unfair, wenn ich das jetzt sage, aber nicht so weit entfernt von der Ukraine und von Russland, die auch zu den überwältigend korruptesten Ländern der Welt gehören. Irak ist auch in meiner Zeit ein schwieriges Problem, gehört heute immer noch zu den vermintesten Ländern der Welt. Die Landwirtschaft, besonders entlang der iranisch-irakischen Grenze, ist immer noch gefährdet durch die vielen Minen, die dort eben noch im Boden liegen. Und das Entminen geht weiter, aber es ist immer noch ein großes Problem. Was kein Problem war in meiner Zeit und bis 2003 auch kein Problem gewesen ist, hat mit Drogen zu tun. Ein Drogenproblem im Irak in meiner Zeit gab es nicht. Gab es nicht, denn die Strafen waren sehr, sehr extrem. Aber heute, Heroin und Haschif aus dem Iran und aus Afghanistan werden durch das Transitland Irak transportiert und haben auch dazu geführt, viele Gründe, Armut, Einsamkeit, was immer man anführen kann. Irak ist heute auch ein Konsumland für Drogen geworden. Die Beziehungen zwischen den drei nördlichen Provinzen, Gouvernerate, wie sie heißen, Doha im Westen, Erbil im Zentrum und Südemania im Osten, diese drei mehr oder weniger lokal-autonomen Gebiete, haben mit der Regierung in Bagdad viele Konflikte. Da geht es natürlich, wie immer, im Irak um Öl. Es geht aber auch um die Erhaltung und Ausweitung der kurdischen Autonomie im Irak. Und noch mal ein Hinweis auf diesen Terror, den ISIS, Dash oder ISIL, wie sie es in verschiedenen Worten beschreiben, dieser asymmetrische Terror der islamischen Extremisten ist zwar abgeschwächt, aber weiterhin ein ernster Unsicherheitsfaktor geblieben. Was auch weiterhin existiert, könnte Ihnen, das ist fast komisch, aber die kurde-kurdisch-türkischen Milizen, PKK, werden von der türkischen Militär in den Irak verfolgt. In meiner Zeit konnte man, konnte ich selber sehen, türkische Panzer auf der irakischen Seite, die hatten ihre Kanonen zusammengestellt und spielten Volleyball über die Kanonen. Aber die waren dort und niemand konnte was tun, niemand wollte was tun. Die Kurden haben nichts getan und Bagdad hat auch nichts getan. Und diese Realität, vielleicht nicht mit diesem Beispiel, die ist eben, die existiert weiterhin. Also es ist eine lange Liste, könnte noch viel länger sein, wenn wir mehr Zeit hätten, aber will ich das hier dabei belassen. Der Irak, zusammenfassend würde ich sagen, ist ein instabiles Land in einer instabilen Region geblieben. Und das trotz diesem Immensen. Ich weiß nicht, zweiter Stelle, dritter Stelle, vierter Stelle, keine Ahnung, wie der Irak im Vergleich zu Saudi-Arabien und Iran und Venezuela und anderen liegt. Aber Tatsache ist, dass ein großer Öl und ein unausgenutzter Gas Volumen, das existiert, und trotzdem ist der Irak weiterhin auf auswärtige Hilfe angewiesen. Eine letzte Frage, deren Beantwortung mir von Joachim aufgegeben worden ist, was ist von den USA und ihren Verbündeten weiterhin zu fordern? Zunächst, für mich in meinem UNO-Leben immer ein wichtiges Wort, Rechenschaftsverpflichtung. Rechenschaftsverpflichtung besteht für alle für die, die intern und extern in den Jahren der Sanktionen, des Krieges, der Besatzung, für das Geschick des Landes verantwortlich gewesen sind. Ein irakisches Gericht hat den Diktator Saddam Hussein verschuldigt befunden und hat ihn hinrichten lassen, ebenso wie viele andere aus seiner Regierung. Diejenigen aus dem Ausland, die zum Verderb unschuldiger irakischer Bürger und zur Zerstörung ihres Landes einschließlich der Sozialstruktur bleibende Schäden gebracht haben, sind bisher unbestraft geblieben. Und dazu gehören ohne Frage, ohne Schüchternheit die Präsidenten Bush und Premierminister Blair. Absolut. Das dürfen, den Mut müssen wir heute haben, um das zu sagen. Es erinnert zum Schluss an das, was bei der Gründung der Vereinten Nationen 1945 von einem mexikanischen Diplomaten so hellsehbar vorausgesehen wurde. Zitat Wir haben eine Organisation geschaffen, in der wir die Mäuse kontrollieren, aber die Tiger, die Tiger werden weiterhin frei herumlaufen. Ja, das tun sie. Wo immer sie heute herumlaufen, ob in Washington, London oder Moskau. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Hans. Das war, glaube ich, doch sehr spannend. Und ich denke, wir hätten auch noch ein Weilchen zuhören können. Es ist natürlich schon toll, dass wir in dir einen Zeitzeugen auch haben, der zwar zurückgetreten ist, dann 2000, aber immer am Thema drangeblieben ist, immer für die Iraker und halt auch das, was zum Schluss dann auch noch kam, immer dabei, auch wenn es darum geht, das Geschehen aufzuarbeiten und die Haft zu fordern, dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt dann, um in die Diskussion zu gehen. müsste ich lieber zu sagen. Für die Wahrheit und ja, danke für das Mikrofon. Erstmal Dankeschön für Ihren aktivierten Vortrag hier, für die detailreichen Schilderungen. Ich habe zwar einige Informationen, dank meiner Tageszeitung Junge Welt, die ich hier empfehle, aber das Thema ist ja so facettenreich, dass man sich nur noch informieren könnte. Jetzt habe ich zwei Fragen oder zwei Ergänzungen. Die erste Ergänzung wäre, die war Deutschland wirklich so außen vor bei der Kriegsführung. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Schröder organisatorische, logistische und sonstige Zuarbeit geleistet. Da konnte er sich dann rühmen, nicht beteiligt zu sein oder die Regierung nicht eingebunden gewesen zu sein. Das war das eine. Die zweite Sache ist die, oder meine Frage ist die, was hat Russland mit sich machen lassen im UNO-Sicherheitsrat, denn soweit ich weiß und wenn ich sie richtig verstanden habe, hat Russland ja kein Veto eingelegt. Und die letzte, die zweite Frage dann wäre die, was passiert mit dem, mit den riesigen Einnahmen aus dem Erdölgeschäft, wenn das Volumen so exorbitant in die Höhe geschossen ist, aber das Volkärmer denn je ist. Das wären meine. Im Übrigen, wenn das Gegenstück glaube ich zu Ihnen, das kommt am 29.03. und das wird uns hier mit allerhand Scheinweisheiten und Scheinwahrheiten wahrscheinlich beglücken. Ich bin am überlegen, ob ich hierher komme oder ob ich fern bleibe, nebenbei gesagt. Echtes Mal. Der Astrid. Also vielen Dank. Ganz kurz. Deutschland außen vor ist in der Zeit von Gerhard Schröder, ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe eine Stunde mit Herrn Schröder über Irak gesprochen. Das war 2006 oder 2007, weiß es nicht mehr genau. Deutschland ist nie mutig gewesen, aber Deutschland war mehr mutig in der Diskussion, wie man im Irak vorgehen sollte, indem er eben ganz klar sich mit den Franzosen, den Russen und den Chinesen abgesprochen hatte, dass Deutschland nicht mitmacht. Und was man ihm trotzdem anhängt, nicht falsch, dass er Leipzig und Bremen als Häfen, als logistische Zentren hat freigegeben für die Überflüge und was immer mit dem Einsatz in Irak und Afghanistan, wo immer zu tun hat. Das ist das eine. Die Russen haben im UNO-Sicherheitsrat kein Veto eingelegt. Das stimmt. Aber sie haben auch deutlich gemacht, dass sie wörtlich, dass sie nur dafür plädieren, dass Kuwait wieder seine Souveränität zurückbekommt. Das haben sie unterstützt, aber sie haben sich nicht beteiligt an der militärischen Auseinandersetzung 2003. Davon haben sie Abstand genommen. Hätten sie ein Veto eingelegt, dann wäre das Ganze ganz anders gelaufen. Bei 2003 hat es ja keinen Sicherheitsratsbeschluss gegeben. 2000. Nein, es sollte einen. Es sollte einen. Entschuldigung, es sollte einen. Es gab aber keinen. Einnahmen, Höhlgeschäft. Ähm, ich als letztes Mal im Irak war und Zwischenstation machte in Amman. Es sah, früher frug mich eine Person, ein Iraker, ob ich Zeit hätte, vielleicht zwei Stunden. Ich sollte doch, er würde mir gerne ein paar schöne Häuser zeigen. Und dann habe ich mir die Häuser angeschaut und habe gesagt, was sie jetzt gesehen haben, in den letzten 30 Minuten weiß ich nicht mehr. Alles Häuser, die irakischen Politikern gehören, die eben ihr Geld, ihr korruptes Geld irgendwo anders investiert haben. Das war ein Problem. Korruption gehört fast genetisch zum Irak. Aber in dieser Form, in dieser Intensität, wie wir das jetzt gesehen haben, seit Ende des Regimes von Saddam Hussein überschlägt alles. Es ist viel größer, viel stärker geworden, nicht wahr? Und was eigentlich unglaublich ist, dass wir ein Land, eine Politik, ein Parlament, das sich so verhält, behandeln, als ob es ein normales Parlament ist. Wir sagen nichts. Vielleicht sagen wir was. Aber es drückt sich nicht aus in offensichtlich für Sie und mich als Bürger sichtbare Reaktionen auf eine Situation, die es nicht geben dürfte. Und wenn es nicht um Menschen ginge, würde ich sagen, die humanitäre Hilfe, die man jetzt gibt, sollte es gar nicht geben. Denn das sind Kleckerbeträge im Vergleich, aber Opfer unsererseits, die gemacht werden, damit der Mann oder die Frau oder wer immer in Amman ein Luxushaus bauen kann. Aber auf der anderen Seite möchte ich etwas erwähnen, hätte ich auch tun können, vielleicht ganz nützlich ist das zu sagen. Von einem Öldollar, den der Irak in der Zeit der Sanktionen verdiente, wurden 30 Cents automatisch abgezogen und gebraucht, um Regierungen, Unternehmen und Gastarbeiter, die in Kuwait ihren Job verloren hatten, zu kompensieren. Ich hatte in der Zeit immer dafür plädiert, dass man sagt, die Gastarbeiter, die Palästinenser besonders, müssen ihre Kompensierung bekommen. Aber die reichen Unternehmen und die Regierungen wie Kuwait sollen ihre Anträge stellen. Die werden bezahlt, wenn die Bedürfnisse der Bevölkerung im Irak erstmal befriedet sind. Darüber hat man gar nicht diskutiert. Und es war zu dümmlich, was da vorgeschlagen hat. Reparationen. Ja, Reparationen. Ja. Ja. Okay. Also damit will ich es belassen. Danke. Vielen Dank. Wie schwach das irakische Parlament ist, kann man ja daran sehen, dass sie nach dem, der Anschlag muss man ja sagen, der Amerikaner auf den iranischen General Soleimani 2020 beschlossen hatten, dass alle ausländischen Truppen das Land zu verlassen haben, dass ja nichts geschehen. Was die Aggression anbelangt, ich bin da etwas kritischer mit Deutschland. Also es gibt eine klare Aggressionsdefinition der Vereinten Nationen, der Generalversammlung, die ist auch in das Statut, das Rom-Statut überführt worden, dass ein Land, das sein Territorium für eine Aggression zur Verfügung stellt, ein Aggressor ist. Nach dieser Definition war Deutschland ein Aggressor. Punkt. Was die Strafverfolgung anbelangt, ja, da sind zwei Dinge zu sagen. Der internationale Strafgerichtshof ist für die Amerikaner, was Irak-Strafverfahren anbelangt, tatsächlich nicht zuständig, weil der Irak das Rom-Statut ratifiziert hat. Das heißt also, es gibt auch keine territoriale Anknüpfung und die USA haben es bekanntlich auch nicht getan. Es gibt auch keine personelle Anknüpfung. Das heißt also, da hat er Schwierigkeit, es müsste die UNO eine entsprechende Resolution fassen, aber das wird nicht kommen. Wir haben aber in Deutschland ein Verfahren gehabt, wo wir diese Einschränkung nicht hatten. Und da ging es darum, dass eine NGO Herrn Rumsfeld angezeigt hat. Und da hat dann nach gewisser Bedenkzeit unser tapferer Generalbundesanwalt gesagt, nein, hier gilt das Subsidiaritätsprinzip, weil ja die Amerikaner entsprechende Straftaten verfolgen. Die haben ja damals diese Lady England, Sie erinnern sich, die mit der Hundeleine tatsächlich verurteilt. So haben Sie, hat der Generalbundesanwalt das Subsidiaritätsprinzip ausgelegt. Das heißt, das nationale Gericht hat hier Zuständigkeit und geht dem internationalen Strafgericht vor. Das ist natürlich Unsinn gewesen. Eine völlige Verkennung dessen, was eigentlich im Rom-Statut steht. Eigentlich eine Blamage. Und das Letzte, was die Öleinnahmen anbelangt. Ich war auch vor kurzem im Irak. Da hat man mir gesagt, dass nach wie vor die Masse der Öleinnahmen über amerikanische Konten läuft, die Amerikaner dann das Geld an den Irak auszahlen. Ich habe das, es wird gesagt, es wird das nicht sehr streng kontrolliert. Also es geht wohl dann an den Irak zurück. Aber Tatsache ist, dass die Amerikaner dann nach wie vor ihre Hand drauf halten. Vielen Dank. Also kurz über Südemann, dem ermordeten Iraner in Bagdad, kann ich nur, nur zustimmen, dass da keine Reaktion erfolgte. Dass da nicht politischer Druck entstand, das anzuklagen. Das kann man nur verdammen. Da bin ich Ihrer Meinung. Aggressionen sind sie ein bisschen hart, finde ich. Aggressionen, weil Deutschland Leipzig erlaubt hat, ist ein Aggressor mitgeworden. Ich würde dem nicht ganz zustimmen. Aber das ist halt eine Meinung. Strafantrag, Irak, USA. Ich weiß nicht, ob sie Völkerrechtler sind, aber ich kann Ihnen sagen, die Tatsache, dass ein Land nicht Mitglied des Strafgerichtshofs ist, bedeutet nicht, dass der Strafgerichtshof einen Fall nicht verfolgen kann. Das ist möglich. Das heißt also, dieses Geschwätz über amerikanische Soldaten sind immun, sind geschützt, weil Amerika nicht Mitglied ist. Das stimmt nicht. Es geht darum zu sagen, wenn der Irak nicht bereit ist, einen Fall in seinen eigenen Gerichtsstrukturen zu untersuchen, dann hat ein internationaler Strafgerichtshof absolut das Recht, eine Untersuchung zu beantragen. Wie das ausgeht, ist eine andere Sache. Das Subsidiaritätsprinzip ist in der UNO-Sprache sehr wichtig, wird leider nicht mehr angewandt. Wie Sie wissen, es trifft ganz besonders übrigens auf die NATO zu, denn die NATO im 1948en Vertrag steht ganz klar drin, dass die NATO sich im Sinne dieser Subsidiarität dem internationalen Recht, sprich Charterrecht, zu unterwerfen hat. Das ist lange vorbei. Die NATO trennt heute zu auf als ebenbürtige internationale Organisation, die ihre eigenen Wege gegangen ist. Das heißt also, man hat mit diesem Begriff nichts mehr zu tun. Die Öleinnahmen US-Konten, muss ich gestehen, weiß ich nicht, überrascht mich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, aus der Zeit der Sanktionen ist jeder Pfennig der Öleinnahmen von Iraks, von den Amerikanern kontrolliert, über ein UNO-Ölkonto, das sie absolut in der Hand hat und entschieden, wie das angewandt würde. Und wahrscheinlich ist dieser, ist dieser, dieser Ansatz geht, läuft weiter. Aber da bin ich überfragt, das weiß ich nicht genau. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich meine, es gab ja den Versuch, den Tony Blair wenigstens vor den internationalen Strafgerichtshof zu bringen und da hat eine britische Juristenvereinigung eine sehr sorgfältig zusammengestellte Anklageschrift erstellt, die wurde aber auch nicht angenommen. Und vielleicht noch jetzt diese Geschichte, inwiefern Deutschland halt doch beteiligt war. Da gibt es ja tatsächlich ein Gerichtsurteil. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja in Sachen Florian Pfaff, der seinen Dienst damals oder seine Mitwirkung, wie er befürchtet hatte, an dem Irakkrieg verweigert hatte. Er hatte dann Recht bekommen. Er wurde schon festgestellt, dass tatsächlich in dem Fall auch Bundesrepublik Deutschland gegen Völkerrecht verstoßen hat. Durch die Militärstattpunkte, dass die Überflugrechte, dass 7000 Bundeswehrsoldaten Wache schoben vor US-Kasernen, damit die freigesetzt worden ist. Also das kann man schon feststellen, wobei ich dann allerdings auch die Erfahrung hatte, wenn man das angesprochen hat und es waren Iraker im Raum, dass die das eher dann empört, als doch eher nebensächlich zurückgewiesen hat, weil er das auch ausgeführt hat. International und vor allem auch aus der Sicht der Iraker war das viel, viel, viel wichtiger, dass da eine durchaus gewichtige Stimme sich gegen den Krieg ausgesprochen hatte. Also das zählt wahrscheinlich mehr, aber natürlich aus unserer Sicht und auch für die Zukunft glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man darauf hinweist, dass sowas eigentlich nicht geht. Weil das ist ja dann auch fortgesetzt worden in Libyen zum Beispiel, wo sich Deutschland zwar auch nicht beteiligt hat, aber das gleiche Spiel halt dann wieder von vorne losgegangen ist. Gut, weitere Fragen? Alle Fragen gelöst? Alle Fragen geklärt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war vom 16. bis zum 21. Dezember. Das war Operation Desert Fox und war der Anfang einer neuen Strategie der Amerikaner gegenüber dem Irak, weil danach zwei Sachen passierte Folgendes. Die Waffeninspekteure wurden abgezuhigt, ohne dass General, also ohne dass Kofi Annan davon wusste. Der Botschafter, der zuständig war, hat einfach gesagt, wir schließen natürlich mit Unterstützung der Amerikaner das Büro. Und danach haben die, hat die irakische Regierung sich entschlossen, dass ich, ich wurde aufgefordert, dass alle englischen und amerikanischen Mitarbeiter in meinem Büro, von denen gab es eine Menge, und es waren gute Mitarbeiter, dass die nach Hause geschickt werden sollten. Die wurden also des Landes verwiesen. Und das Nächste, was geschah, ist, dass praktisch jede Woche die Maschinen aus Ingelik Airbase in der Türkei und der Sultanahmed Airbase in Saudi-Arabien eben kamen und im Irak ihren Schaden anrichtet. Und vielleicht, haben Sie noch Geduld? Kann ich noch eine Anekdote hinzufügen? Also in dem Zusammenhang, als das geschah und ich immer mehr auch Angst hatte für meine Kollegen, die tagtäglich über die Straßen des Iraks ihre humanitären Dinge da taten, und dann habe ich Berichte erstellen lassen, sogenannte Airstrike Reports, wo es um zivile Einrichtungen ging. Und ich wurde beim Besuch in New York vom englischen Botschafter angegriffen, der mir sagte, Hey, Sie verstoßen gegen Ihr Mandat. Sie haben kein Recht, solche Berichte, Sie sind nicht kompetent, solche Berichte zu erstellen. Ich hatte ein großes Sicherheitsteam in Bagdad, das spielte für ihn aber keine Rolle. Sie dürfen so einen Berichten nicht abgeben. Was wir für das Jahr 1999 angeschaut haben, sind, dass über 400 Menschen verletzt wurden, dass fast 200 gestorben waren, dass viele Infrastruktur wieder kaputt gemacht wurde. Und Kofi Annan zu mir sagte, nicht, Entschuldigung, stimmt nicht, er hat mir gar nichts gesagt, aber er hat mir nicht verboten, diese Berichte herauszugeben. Und ich habe dann, glaube der liebe Gott, auf meiner Seite, in dem Augenblick, denn als der englische Botschafter mich blass im Gesicht angriff, habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Herr Botschafter, wenn ich, wenn mein Chef die Königin von England wäre, dann müsste ich vielleicht Ihnen das jetzt bestätigen, dass ich diese Berichte nicht mehr weitermache. Aber da mein Chef der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist, werde ich so lange weitermachen, bis er mir sagt, ich soll es nicht. Und das hat dazu geführt, dass zwei Tage später zwei Regierungen, London und Washington, dem Generalsekretär einen langen Brief geschrieben haben, da stand drin, dieser Typ da in Bagdad, der muss weg, raus. Und ich war in New York in der Zeit und Kofi Annan in seinem Büro guckt mich an und sagt, wissen Sie, dass dieser Brief gekommen ist? Und der Herr hat gesagt, ja, der Chef der Kabinett am Vortag hat mir das erzählt, er hat gesagt, guckt mich an, in meine Augen geschaut und hat gesagt, Ihr Vertrag ist hierbei verlängert. Tja, das war der weiche Kofi Annan, der in der Presse oft angeklagt wurde, dass er zu weich war. Vielleicht war er zu gut als Mensch. Vielleicht hat er nicht geglaubt, wie ich das auch nicht getan habe, an die Methoden, mit denen die UNO-Mitarbeiter behandelt wurden. Also es könnte ich Ihnen viele Anekdoten, das würde zu weit führen, aber jedenfalls, das wollte ich noch erzählen. Ja. Frage, ah, danke. Ich habe eine Frage dazu, wie es kommen konnte, dass die Einnahmen durch den Ölverkauf über ein UNO-Konto liefen, das von den USA kontrolliert wurde. Das hört sich ja an, als wäre die UNO, also als wäre die USA der Chef der UNO. Also hätte es nicht, also was für ein Konstrukt steht dahinter, was für Entscheidungen sind da gewälzt worden, gefällt worden, warum ist es so rausgekommen? Das interessiert mich. Kann ich Ihnen eine klare Antwort geben? Die Finanzabteilung in der amerikanischen Regierung hat immer wieder uns gesagt, Keinen Pfennig, nicht ein Cent an Cash darf in die Hände von Bagdad fallen. Kurde zu Norden war eine andere Sache. Alles Geld, was der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin, es war eine irische Frau, in der UNO zu verwalten hatte, dieses Ölgeld, was durch den Irak verkaufte sein Öl, das Geld, was es für diesen Verkauf bekam, ging automatisch auf dieses Konto. Also, der Irak hatte keine Einflussmöglichkeit, auch nicht die Zinsverhandlung. Alles wurde von der UNO da unter der Kontrolle der Amerikaner, die ganz hart, da gibt es diese sogenannte FACO, Foreign Asset Control Organization, in dem Finanzministerium in Washington. Die hatten, die haben das ganz verfolgt, stark verfolgt, um sicherzustellen, dass da kein Geld, und dadurch kamen dann alle möglichen Verzerrungen. Schauen Sie mal, ein Beispiel, wichtiges Beispiel. Der Iran, der Irak hat importieren müssen, Reis und Weizen aus Vietnam und aus Australien. Zu horrenden Preisen, obwohl die irakischen Bauern ihren eigenen Reis und ihre eigenen Weizen in nicht vollständiger Menge, aber zum großen Teil hätten finanzieren können. Das hätte bedeutet Cash, Geld, Geld im Umlauf. Und Geld im Umlauf bedeutete für die Amerikaner immer die Gefahr, das war eine theoretische Gefahr, dass das missbraucht würde für den Ausbau der Massenvernichtungswaffen. Ich war so, so war das. Und niemand hat da protestiert. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Zum Beispiel, ich habe Ihnen gesagt, für 51 Cent pro Kopf, pro Tag, gleichzeitig sind bis zu im August 2002, sind über fast sechs Milliarden, Milliarden Dollar an humanitären, sogenannten humanitären irakischen Ölgeldern blockiert worden. Nur von den Amerikanern, manch ganz selten von den Engländern. Die wurden also, das waren Waren, die bestellt waren, die aber nicht ankommen durften, die zurückbehalten wurden. Also es war eine totale Kontrolle über die Finanzen, über die Ressourcen des Landes. Und das ging so weit, stellen Sie sich vor, in Deutschland zum Beispiel haben wir ein Abkommen mit der UNO. Jedes UNO-Dokument, das gedruckt wird, eine Universität oder mehrere in Deutschland kriegen, Kopien. Im Irak hat man das blockiert. Wer hat das blockiert? Das weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur eins, dass keine UNO-Dokumente in der sogenannten Reference Library einer irakischen Universität ankamen. Es war alles weg. Der Irak wollte weiter abstimmen im SIEM, in der Generalversammlung. Der durfte seine Beiträge nicht bezahlen. Die Amerikaner zahlen ihre Beiträge nicht, dürfen aber wählen. Aber Irak wollte bezahlen und konnte nicht. Das war alles hing mit Geld zusammen, mit voller Kontrolle. Und wenn man eine Anklage Rückblick machen kann, dann kann man sagen, die Vereinten Nationen waren total dominiert von Washington. Ja, erheblich anders. Denn die Tendenz heute ist nicht, das sehen Sie aber selber. Sie sehen, dass dieser Westzentrismus, der sich stark gemacht hat, dass der heute viel schwächer geworden ist. Dass der Süden, die Entwicklungsländer langsam merken, was für eine Macht sie haben. Und dann kommt die große Überraschung. Und ich glaube, wir werden noch einige Überraschungen vor uns haben in Bezug auf eine Neuordnung der Machtverhältnisse. Stellen Sie, Sie haben gelesen und Sie waren wahrscheinlich, wie ich, überrascht. Hier China mit einer auf der einen Seite ein iranischer Diplomat, auf der anderen ein Saudi-Diplomat. Da wird eine Brücke gebaut. Also mit anderen Worten, wie beim Staffellauf. Die Staffel wird jetzt weitergegeben an einen sehr viel stärkeren, sehr verstärkeren, also China plus Südasien überhaupt, unterstützt durch die Entwicklungsländer. Das ist die Tendenz. Das wird man, wir werden es mehr sehen. Wir werden mehr Überraschungen. Mal schauen, was aus dem Besuch Xi Jinpings mit Putin jetzt herauskommt an neuen Überraschungen. Die zeigen, wer heute am Hebel sitzt in Bezug auf geostrategische Dynamik. Habe ich Ihre Frage? Das ist etwas lang, aber ja. Eine kurze Ergänzung zur Rechtslage, was Beihilfe zu Interventionen und Aggressionen betrifft. Der Norman Pech, vom Norman Pech habe ich mal einen interessanten Vortrag gehört in Frankfurt. Und da sagt er, oder ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen, aber im Grundgesetz seien Unterstützungen und Vorbereitungen, oder die zu Kriegshandlungen führen, oder im Strafgesetzbuch, ja im Strafgesetzbuch, seien Vorbereitungen, Unterstützung von Vorbereitungen und Kriegshandlungen seien strafrechtlich zu verfolgen. Das wollte ich nur noch mal kurz eingeworfen haben. Da scheint es wohl ganz klare Positionen zu geben. Danke. Wir müssen ja immer den Kontext auch ein bisschen bedenken. Das war ja schon ein großer Sprung, den der Schröder gemacht hat, dass er eben nicht zugestimmt hat. Deswegen, was Sie sagen, ist korrekt. Aber das passte in dem Zeitpunkt, sah man das trotzdem, auch in der Friedensbewegung, positiv, dass eben Deutschland nicht klar und deutlich, wie in Libyen, dazu gestimmt hat, was da geschah. Wenn also in diesem Artikel, in diesem Grundgesetz, da ist die Vorbereitung eines Angriffskriegs, wird verboten. Als man versucht hat, an den Gerhard Schröder und den Josef Fischhofer was anzuklagen, was sie ja wirklich getan haben, nämlich die Beteiligung am Jugoslawienkrieg, da hieß es, das war ja keine Vorbereitung. Sie haben ja Kriege für, sie haben sich ja beteiligt, was natürlich abstrus findet, aber zeigt natürlich, wie findlich Juristen sein können, wenn sie bestimmte Sachen, das war vielmehr nicht Juristen, das war der Bundesstaatsanwalt, auch in dem Fall, das kam ja nie zum Gericht, der halt gesagt hat, nein, nein, das greift ja gar nicht, ne, da ist schon. Aber wir waren schüchtern. Ich war in New York und bekam einen Anruf von der deutschen Vertretung bei der UNO, Herr Fischer ist in town und möchte Sie gerne sehen. Also, haben wir uns getroffen und dann hat er mich gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt im Irak tun? Da habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Minister, was ich sagen kann ist, ich war jeden Morgen an unserer Botschaft vorbei und da weht eine Fahne. Die Fahne ist schmutzig, denn da ist niemand, der sich um die Botschaft kümmert. Wir haben keine Vertretung in Bagdad, die offen ist. Ja, das können wir doch gar nicht, sagte Fischer zu mir. Was würden denn die Amerikaner sagen? Ich sage, Herr Minister, die Amerikaner haben drei Diplomaten in Bagdad. In der amerikanischen Botschaft drei polnische Diplomaten, die die Interessen Amerikas dort vertreten. Wir haben eine schmutzige Fahne. So habe ich es nie gesagt. Das meinte ich, nicht wahr? Und dann schließlich ist es Unerfahrenheit, ist es einfach schlechtes Denken. Dann kam der Entscheid nach einer Weile, dass die Botschaft in Bagdad wieder geöffnet werden sollte. Und was hat man getan? Man hat einen Diplomaten aus der deutschen Botschaft in Amman als Chargé d'Affaires für Irak eingesetzt. Der fuhr dann mit seinem jordanischen Diplomaten-Schild von dort nach Bagdad. Und die irakische Regierung war wütend. Die haben gesagt, entweder bist du bei uns oder du bist nicht bei uns. Dann, wenn du bei uns bist, hast du ein CD-Schild aus dem Irak und bleibst in der Botschaft und fährst nicht hin und her. So haben wir das gespielt. Wir waren ungeschickt, um das wahrscheinlich naiv zu sagen. Es war vielleicht einfach eine Unsicherheit. Wir haben uns bisher nicht freigeschwommen in unserer Außenpolitik. Das sehen wir ja auch. Jetzt nicht ein weiteres Gespräch über Ukraine. Sonst kriege ich auch mit meiner amerikanischen Frau ernsthaft Ärger. Will ich nicht. Die sitzt da hinten und ist da etwas anderer Meinung als ich. Aber bitte keine Fragen darüber. Was ist das? Okay. Gut, ich sehe keine weiteren. Ah doch, nochmal eine Frage. Verstehe ich mich? Was war die Wurzel des ganzen Übels, war die Frage. Ja, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht, was oft gesagt wird. Öl. Die Wurzel war die Kontrolle des Öls. Eine gar nicht, was andere Geschichte. Und Saddam Hussein ist eben plötzlich so erschienen, als ob er unabhängig seine Politik ohne die Amerikaner machen konnte. Und darüber gibt es Spekulationen, was die Botschafterin ihm gesagt hat vor der Invasion nach Kuwait, wo sie sagte, die amerikanische Regierung wird sich nicht, wird sich nicht in Regionalkonflikte einmischen. Und für Saddam Hussein, so scheint es, war das eine Ermutigung, dann eben diesen Schritt zu tun. Also, ja, gibt viel zu erzählen. Ja, ich bin Ihnen dankbar für Ihr Interesse und wir müssen alle ein bisschen weiter darauf dringen, dass diese Sache, diese Akte nicht in den Archivkasten kommt. Das muss weiter diskutiert werden. Vielen herzlichen Dank. Hans von Spronnig, ich hoffe, wir werden, ja, das wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir dich hier zu Gast haben. Vielleicht, wenn ein nächstes Buch. Nichts, nichts. Nein, dein Buch, überhaupt. Das Buch, das schon fertig ist, dann mal erschienen ist, es heißt die UNO befreien, richtig? Ja, das ist der Titel. Ein 94-jähriger Professor von Princeton und ich, wir haben uns vor vier Jahren hingesetzt und angefangen nachzudenken intensiv über, was für die UNO braucht es, dass sie endlich das tut, für das sie geschaffen worden sein soll. Und dieses Manuskript ist jetzt fertig und wir hoffen, dass im Laufe dieses Jahres also etwas herauskommt, was lesenswert ist und mit Ihnen darüber mal irgendwann ein Gespräch, ein kritisches Gespräch zu führen, würde mich freuen. Die Eileitung steht auf jeden Fall und dann bedanke ich mich also nochmal ganz herzlich bei dir, aber auch bei euch, bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Diskussion und wir sehen uns sicherlich bald wieder, vielleicht noch mal im Freien auch, weil es kommt ja wieder Ostern und am Ostersamstag machen wir wie immer den Ostermarsch mit dem Titel den Frieden gewinnen, nicht den Krieg, abrüsten, Atomwaffen abschaffen, Klima retten. Das hat ja durchaus auch mit den Themen von heute auch zu tun. Und ja, das sind alle recht herzlich eingeladen, ab 12 Uhr bei der Stadtbücherei am Ostersamstag. Besten Dank und schönen Abend noch. Vielen Dank.